An den Seen, in den Wäldern oder in der Heide, die Landschaften zwischen Ems, Weser und Elbe sind einmalig abwechslungsreich. Für uns stehen der Naturschutz und der Erhalt der biologischen Vielfalt ganz oben auf der Prioritätenliste und dabei spielen die 14 niedersächsischen Naturparke eine ganz besondere Rolle. Die niedersächsischen Naturparke machen fast ein Viertel der Fläche unseres Bundeslandes aus. Dort geht es um vier Kernbereiche, die miteinander in Einklang gebracht werden. Um Naturschutz und Landschaftspflege, um Erholung und Tourismus, um Bildung und Kommunikation und nicht zuletzt um Regionalentwicklung. Die wichtigste Aufgabe ist, die Balance zwischen umweltgerechter und touristischer Nutzung zu wahren. Umweltgerecht heißt für uns, dass sowohl Land als auch Forstwirtschaft auf Artenschutz und Biotopvielfalt achten. Uns ist die Balance wichtig zwischen intakter Natur, wirtschaftlichem Wohlergehen und hoher Lebensqualität für Mensch und Natur. In den niedersächsischen Naturparken wird der Schutz der Tier- und Pflanzenwelt mit der Entdecker- und Erlebniswelt der Menschen verbunden. Das Schlüsselwort naturverträglicher Tourismus. Das Konzept der niedersächsischen Naturpark überwindet Grenzen und ist zukunftsweisend für den Schutz der Natur. Deshalb fördert das Land Niedersachsen diese Idee seit mehr als zehn Jahren. Niedersächsische Naturparken sollen erlebbar sein und den Weg bereiten in die Zukunft lebendiger Kulturlandschaften. Kommen Sie zu Besuch und machen sich selbst ein Bild, erleben und genießen Sie den vielfältigen Reiz unserer Landschaften. Niedersächsische Naturparken, das sind Wasser, Wind, Wolken, Wald, Wiesen und andere kleine, aber auch große Wunder.